so ein bisschen spät ja aufnahme gedrückt entschuldigung aber wir sind gerade erst eingestiegen also wir haben jetzt zwei punkte geholt ich war ganz in der gedanken das ist ein wagen da könnte ich gleich kurz hin bitte ich musste mich plätschen ja punkte hast du aber nicht gesehen da habe ich nicht aufgebracht ich habe nur augenball für meinen wagen gehabt ja davon ist der boss und erscheint gemacht zu werden ja 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 und Komm mal, mein Käfer. Komm mal, mein Käfer. Komm mal, mein Käfer. Komm mal, mein Käfer. Der ist nach links weggelaufen nach 135. Irgendwas schlägt hier. Ja, das war aber jetzt schon lange her. Ja, du. Der könnte jetzt sonst wohl schon sein. Er muss noch im Feld sein, weil es ist nämlich rot bei mir. Ja. Nee, da ist einer drin. Der ist jetzt wieder drin, ja. Der brennt. Sehr gut. Der ist wahrscheinlich wieder oben. Irgendwo oben. Siehst du ihn? Ja, der ist... Ah, ich habe verfehlt. Der ist hintergelaufen. Hit. Hinter uns scheint... Ach, was zu kommen? Achtung hinter uns. Hinter im Haus hier. Ja. Ja. Pumpe! Toxic nirkeling. Okay, der ist down. ich weiß aber was mit dem anderen ist ach so der hat den ja totgeschossen alles klar der müsste dann da drinnen irgendwo liegen du müsstest den ja sehen ne du hast ja nicht die Sicht ach ne du hast ja einen anderen Hunter jetzt der sollte da drinnen glaube ich liegen irgendwo Alter diese blöden Fettis äh ich wollte mir eigentlich den einen gerade weg machen aber du hast mit dem weggezogen auf jeden Fall den einen das waren echt nicht beide ich seh den Typen nicht ich seh den leider ja auch nicht hier ach hier ist er ich seh den leider ja auch nicht hier ach hier ist er ah der Dicke hat mich gekriegt ich muss mich einmal aufheben ich muss mich einmal aufheben die ganzen Teile sind weg ich muss mich mal aufheben noch weiß gewesen ok 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 hier nicht rausgehen machten die andere Bounty sieht so aus ob die hochkommen die kommen nach oben die sind sich ihre Sache wahrscheinlich sehr sicher ich lege hier draußen die Bombe Dings hin aber ich kann die nicht Vorsicht jetzt hier nicht draußen mehr rumlaufen in dem Wasser schon gar nicht im Wasser geht sie nicht an kann ich sie wieder nehmen ja müsstest du eigentlich schon können geht aber nicht kann nichts nehmen hier ja ist natürlich jetzt doof für dich ja sehr doof aber egal die sind gleich da die kommen von Südwesten oder die sind heute an den Punkt gegangen das kann sein ich habe noch einmal eine Stachelbombe hier drin gefunden sie kommen da sind oben auf dem Berg sie kommen ja sie kommen sie kommen sie kommen und Sitzen immer noch bei 210 Ablenkung Sind auf jeden Fall sehr nah dran Ja Warum nimmst du nicht die Bounty? Wollte erstmal abwarten, ja Gucken mal Einer sehr nah bei 150 und der andere ist bei 210, 225 weiter weg 150 ist der Wolltest du? Ja Keine Ahnung wie mich das erwischen konnte Deine Fallen wurden ausgelöst Was tut das? Nein Hast du einen erwischt, wa? Ja Der ist hier unten, glaub ich Nein Da ist oben auf jeden Fall Wasser Die Dich Was ist das? Ja Was ist das? Ja Wasser ist hier so viel wasser oder was ist das schön erwischt ist die immer nach oben, ja? ja, ja kannst du mal gucken die sind beide bei 225, einer unten und einer weiter weg ich glaube die eine die kommt nicht mehr hin weil ich da eine feuerbombe hingeschmissen habe ja ich sehe sie unten unten, die ist hier unten, ich habe sie gesehen wo unten? da wo du deine zwei bären fallen hingelegt hast achtung, achtung, da ist eine falle gelegt von mir aber die ist da hinten, da hinten habe ich sie gesehen schwarzer skin die andere ist so ein reptiliendingsbums warst du das? nein da versucht jemand gerade durch den stacheldraht ich glaube links ist was? vergiftet feuerpfeile unten rein warst du das? ja, ja, ich bin genauso dumm da war da meine blöde falle noch, mann nicht schlimm, ich habe nur einer links läuft einer beim tro ist eine ja, hier hinten, hinten, hinten ята bin ich geh grade rank eine Ich bin alle Feuer. Er blutet. Wasser. Oben. Wasser. 90. Ja, sind beide ein bisschen weiter weg. Hast du noch irgendwie Munition oder sowas? Nee, ne? Nee. Leider nicht. Ein bisschen weiter weg heißt es, die sind jetzt halt bei 90 da irgendwo hin. Ja, 90, 135 war einer und ich glaube irgendwas. Also einer 135 ist weit weg und der andere ist auch weiter weg und bei 90. Da ist er. Hit. Oh, der hat mich, der hat mich, der hat mich. Du musst mich eben dann gleich aufpassen. Die kommen jetzt. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte, das ist fake. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da? Das habe ich doch zündeln hören, das Ding. Ich dachte, das ist ein fake Ding. Die haben wir verloren, haben wir verloren, haben wir verloren. War aber ein lustiger. Ja. Mir ist aber bloß die Munition langsam ausgegangen. Verdient, verdient haben sie es. Definitiv, die haben gespielt. Hat uns aber nicht leicht. Reinzukommen schon gar nicht. Mhm. Ich habe es immer da unten in der Lücke versucht. Na gut, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.